Ich würde sagen, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valley. Hier haben wir aufgehört zu spielen. Ich musste nochmal gerade eben hinspielen. Und, ähm, aber es geht jetzt weiter. Ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich hab keine Ahnung, was uns erwartet. Ich schein' alles in Brüche zu gehen. Hey, noch mehr Nüsschen. Nüsschen. Oh Gott. Ladebildschirm. Okay, hätte ich ja gar nicht weit spielen brauchen, dann noch bis zum nächsten Ladebildschirm. Aber gut, machen wir an der Stelle einfach weiter. Ich bin gespannt, wie lange das Spiel noch geht, muss ich sagen. Also, geht ganz schön lange. Ich weiß gar nicht, welche Folge wir. Ich glaub, elf, zwölf sind wir jetzt mindestens schon. Emergency Floating? Oh Gott. Ich glaub, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ich glaub, wir sollten uns echt ein bisschen beeilen. Das sieht nicht gut aus hier. Oh je. So, dann kriegen wir ein bisschen Energie wieder. Reaktorstatus. Soma und Astra. Oh Gott. Ach stimmt, bei Soma waren wir ja schon gewesen. Energy ist full. Nee, oder? Ich kann das doch nicht. Ach stimmt, er kann ja an eine Wand laufen. Stimmt ja, da war ja was. Oh Gott. Da war ja was gewesen. Er ist total abgefahren. Oh Gott, okay, dann muss ich Anlauf nehmen. Weil sonst schaffe ich den Sprung ja nicht. Da werde ich mal eben Anlauf holen. Ob ich das schaffe? Lauf mal ein bisschen schneller, Kumpel. Nicht so gemütlich, als ob morgen... So, hier geht's anscheinend runter. Ich glaub, wir müssen hier auch runter. Okay, Alarm. Alarm in Damen. What are these guys doing down here? Ich hab keine Ahnung, was sie hier tun. Fragt mich sowas nicht. Das sind die kleinen grünen Genome. Die kleinen grünen Genome. Okay, das scheint richtig zu sein. Alles vibriert hier und wackelt und... Oh oh. Uh, das war knapp. Oh Gott, wir haben da Besuch. Hab ich gerade gesehen. Ich möchte hier nicht lange sein. Guck mal, da hinten. Uah. Vielleicht sollten wir schleunigst hier weg. Oh Gott, das geht nicht gut. Oh Gott. Uah. Ernsthaft? Das ist nicht euer Ernst. What the fuck, Alter? Oh Gott, wir sind fast tot. Oh Gott. Das werde ich doch niemals nicht schaffen, bis dahin. Guck, wie gemütlich er läuft. Morgen ist doch Sonntag. Morgen ist doch Sonntag. La 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 la. Muuu. Lauf, 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 lauf. Puh. Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich bin ein bisschen, ein bisschen verwirrt. Also wenn das manchmal so rechts und links und an der Wand noch geht und hoch und runter, da bist du ein bisschen, da ist man ein wenig verwirrt. Aber gut. Soll uns nicht dran hindern, hier weiter zu gehen. Uah. Uah. Okay, wir dringen immer weiter in der Facility vor. Bin gespannt, wo das hingeht. What happened here? Ich hab doch auch keine Ahnung. Uah. War das richtig? Glaube ja. Was kommt jetzt? Oh Gott, guck mal. Alles Leichen. Human Bones. What is this place? Oh Gott, hier kriegst du aber viele Energiekapseln. Oh Gott. Ich sollte vielleicht die Schleuens verschwinden, oder? Ich will hier nicht sein. Oh Gott. Was ist das denn? Ach. Endgegner, oder was? Oh. Oh. Oh, ernsthaft? Alter. Wow. Alter. Oh, ich bin gleich... Alter, ich bin gleich tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt brauch ich meine volle Fähigkeit, glaube ich. Okay, Bosskampf. Oh, ernsthaft? Alter. Alter. Willst du mich verarschen? Alter. Und... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, Mann. Alter. Oh, Mann. Oh, ihre turfe. Oder? Alter! Ich glaub das war's. What the hell? What the thing? Das muss sein, wo sie sich allen geben. Ich glaub wir haben ihn. Krass. So, wo geht's denn jetzt weiter? Ach, da oben. Oh Gott, wie komm ich denn da hin? Äh. Nein. Uh. Oh, macht das Spaß? Okay, Alarm ist immer noch. Alarm im Darm. Die Bombe. Das ist nur der Anfang. Natürlich. Darum ging's wieder. Um eine Superwaffe herzustellen. Wie immer. Und sie haben wieder rumgeforscht und hatten wieder gar keine Ahnung, worauf sie sich einlassen. August 16th, 1944. Okay, das ist immer noch. Die nächste Idee ist immer noch. Der erste Idee ist immer noch. Du kennst die ganze Zeit, nicht wahr? Du kennst dich ja überhaupt. Wie sollst du? Es sind生gemäßs creatures. Du hast keine Ahnung, was ist hier zu tun? Die Embryos. Die Orbs, die du benutzt hast, sind Demons. Was du hier machst, ist... Gott! Gott! Demons? Oh man, die Armen. Die tun mir voll leid. Man, kann ich die irgendwie retten hier? Verdammt. Man, ich will ihn nicht hier lassen. Mist aber auch. Ich will ihn nicht hier lassen, ey. Die sind... ...so knuffig. Okay... Ich bin gespannt, was da noch so auf und zu kommt, jetzt gleich. Seitdem wir die Saboteurs in der Aktion fangen, haben wir ihnen die ASTRA-Fazilie in die ASTRA-Fazilie gefordert. Wahrscheinlich war der Plan eher genius. Seitdem ASTRA und SOMA sind linkiert, haben sie den Thanatos-Kanon verbunden, verbunden mit der ASTRA-Fazilie in der SOMA-Fazilie, um eine Feedback-Loup von amplifierenden Intensität zu schaffen, bis das System rauskommt. Nicht wie ein Mikrofon zu einem Sprecher. Ich kann nicht... Was? Ah, okay. Ähm... Warum ist das so eine große Tür? Hier? Wo ist das hin? Der Reaktor? Mhm... Thanatos-Kanon. Wir haben temporärly entfernt den Life Seed aus dem SOMA-Reaktor, notwendig für die Amplifizierung, damit haben wir eine Hardless-Feedback-Loup, als sie versuchen zu fangen, Thanatos-Kanon. Without den Life Seed, der Plan war zu verhindern, aus dem Beginn. Ich werde nicht mehr tolerieren, mehr Disruption. Wir haben zu viel Platz in Manhattan verloren. Die Operatoren werden Exponenzieren. Wenn die Orbs nicht suffisieren, dann werden wir die Damm-Valley selbst benutzen. Alter... Ähm... Oh Gott... Okay... Okay... Uh... ... Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Dann würde ich sagen Sollten wir mal schleunigstir verschwinden Das gibt es noch nicht Ich hab doch R2 gedrückt. Hui. Okay. Okay. Okay, hier geht gerade alles zu Bruch. Hier sollten wir echt verschwinden. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Ah, guck mal da. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, was hier abgeht. Okay, wir müssen wieder an die Wand laufen. Wir probieren das mal. Ich erinnere voll an Prey. Ohne Spaß. Volles Rohr. So. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Guck mal da. War klar, dass die kommen. War so. Wollte ich ja sagen. War sowas von klar. Na. Hallo. Was? Fischers Offline? Wie Fischers Offline? Wir sollten hier echt verschwinden. Oh Gott. Äh. Oh, nee. Nach oben. Boah, wie abgefahren dieses Spiel einfach ist. Wie cool. Oh Gott, wo muss ich hin? Oh, hallo Freunde. Alter. Lass das. Lass das. Hör auf damit. Hör auf damit. Oh Gott. Ich muss weg hier. Oh Gott. 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 Lauf um mein Leben Das schaff ich nie im Leben Oder doch Was 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 Gut Kevin Schlaf gut Was 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 ein richtig geiles, abgefahrenes Spiel. Es hat echt eine Menge Spaß gemacht. Ist jetzt kein kein ja, kein weltbewegender Hit oder so, aber so für die paar Euros, die es kostet, geht es ganz schön lange. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall sehr geil. Eine tolle Idee auf jeden Fall. Echt cool. Mit ein paar guten Überraschungen drin auf jeden Fall. Doch, sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch von zusehen. War sehr nice. Ich bin dann mal gespannt, was die sonst noch als nächstes machen. Hier sieht man so ein paar Concept-Zeichnungen anscheinend. Von dem Spiel. Ja, ich lasse mich überraschen, ob die da nochmal irgendwie vor allem aus so ein bisschen so ein kleiner Wandel, ne, so vom Horror zu so einem Action-Adventure quasi. Na. Mit so ein kleinen paar Horror-Elementen drin, sagen wir mal. Oder so Kampfeinlagen. Ist ein mutiger Schritt gewesen, sag ich mal. Weil man muss ja auch erstmal sein, erstes Projekt quasi so ein bisschen ähm, ja nicht übertreffen, aber ich sag mal so ein bisschen, ne, wenn man kennt halt, das Studio kennt man nur unter dem Namen Slender, sag ich jetzt mal. Dann denkt man auch, uh, da kommt jetzt bestimmt ein Horrorspiel. Und dann auf einmal knallen die hier sowas dahin, wo du so, wirklich so mind-blowing hast zwischendurch. Und, ähm, ja, es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, doch, Hut ab. Also Hut ab an die Blue Island Studios. Voll geil. Bitte mehr davon. Bitte, bitte mehr davon. Schnell, bitte, bitte, schnell. Ähm, ja, mein Gott. Krass. Cool. Sehr, sehr geil. Hat mir sehr, sehr gefallen. So. Ich glaube, ich werde morgen, ich glaube, ich werde morgen, also morgen, morgen gibt's kein Stream am Sonntag. Ähm, aber, also für dich auf YouTube fällt's ja sowieso weg, aber ich werde jetzt demnächst, ähm, also nicht was Stream angeht, sondern, ähm, wahrscheinlich am morgigen Sonntag werde ich weiter Homefront aufnehmen, wenn ich dazu komme. Weil da muss es auch mal so langsam weitergehen. Ähm, weil das ja so ein Spiel ist, was ich ja gar nicht im Stream gezeigt habe. Oder werde es auch nicht im Stream zeigen, sondern nur als, als Let's Play. Ich hatte es echt gewundert, dass es, ähm, dass es gern gesehen wird. Also, es gucken halt relativ viele. Äh, ich muss da eigentlich mal weiterspielen. Und wenn ich morgen die Zeit dazu finde, werde ich es morgen mal machen, dass ich morgen da aufnehme. Ähm, ah, will ich schon? Okay, ich, nee, will ich es nicht skippen? Da. Nein! Oh, jetzt habe ich es doch geskippt. Egal, eigentlich wollte ich nicht. Jetzt bin ich aus Versehen da drauf gekommen. Verdammt. Ja, das war Valley gewesen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gut rund 40 Minuten haben wir jetzt noch gespielt. Und, ähm, ja. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in einem wann weiteren Video wiedersehen. Und, ähm, wünsche jetzt noch ganz, ganz viel Spaß auf meinem Channel. Und bis später. Tschüss. Tschüss.